Was war Ihr Anliegen, dass Sie da mitgemacht haben? Was war Ihnen so wichtig bei dieser Aktion? Na, um das Anliegen praktisch der Besetzer zu unterstützen, die hier im Haus ja nochmal die Archivbesetzung gemacht haben. Da ging es ja darum, dass die Akten nicht nach Koblenz sollen, ansonsten wären sie mindestens für 30 Jahre verschlossen gewesen. Es ging ja auch darum, dass Aufarbeitung stattfinden soll. Aufklärung, Aufarbeitung. Und das wäre dann nicht möglich gewesen. Und deshalb war ich ja auch dafür, dass die nicht nach Koblenz kommen und hier in einer Behörde ist, also die BSTU. Ja, und deshalb, na klar, wenn ich nun schon hier nicht mit besetze, wobei der Hungerstreik wäre mir auch nicht so an dem gewesen vielleicht. Nein, ist ein Scherz. Ja, na klar, da muss man draußen und man muss ja gerade draußen auch sein. Hier kriegt es ja keiner mit, dass die Leute hier drin sitzen. Wer hat es dann mitgekriegt? Aber draußen vor dem Tor, na, mindestens die Leute, die hier irgendwie lang mussten, haben es erstmal mitbekommen. Dann ging es durch die Medien, dann kamen auch Leute her. Ja, und dann haben wir natürlich auch nochmal versucht, über Flugblätter und so Aufmerksamkeit zu erregen. Haben auch immer Veranstaltungen gemacht am Nachmittag oder späten Nachmittag. Haben einen Informationstisch gehabt, haben die Leute aufgeklärt. Ja, wurden gezielt angesprochen und da wurden eben auch teilweise Schicksale geschildert oder die Leute wollten wissen, wie komme ich an meine Akte. Wie viele Leute waren, die bei der Mahnwache dabei waren? Waren das viele? Das waren schon viele. Also nicht jeder konnte ständig da sein, ganz klar. 30 mindestens. 20, 30 denke ich schon. Und wo waren Sie? Vor Ort? Hier auf dem Geländhaus? Nein, vor dem Tor. Vor dem Tor und da war dann so ein riesen Armeezelt, muss es gewesen sein. Und da war auch eine engagierte, nette, tolle Frau aus West-Berlin, die dann immer teilweise auch von ihrem eigenen Geld Lebensmittel herangeschafft hat, uns versorgt hat, Brötchen geschmiert, Kaffee gekocht, Tee. Und dann gab es natürlich auch viel Spenden, aber ich weiß oder wir wissen, dass sie vieles auch aus eigener Tasche bezahlt hat. Leider ist der Kontakt völlig abgebrochen. Also. Wie lange waren Sie dabei? Bis zum Ende? Bis zum Ende, bis wir abgebaut haben. Und das war nach dem 3. Oktober. Also die Besetzer sind ja dann schon vorher ausgegangen, aber wir haben dann noch bis zum 3. Oktober praktisch. Haben Sie sich gefreut, dass Sie Ihr Ziel scheinbar erreicht haben? Ja. Und das zeigt mir einfach, man kann was erreichen, wenn man sich zusammentut und ein Ziel hat und das vernünftig verfolgt. Dann kann man was erreichen. Man erreicht nicht immer was. Das ist mir völlig klar. Diese Illusion habe ich nicht. Aber man kann was erreichen. Na klar waren auch viele auf uns sauer. Aber wir wurden auch beschimpft oder so. Ok. Aber wir wurden dafür ja nicht verhaftet. Wir brauchten keine Angst haben. Was also noch ein Jahr vorher ein bisschen anders aussah.